Heute geht es um die süßen Kätzchen, die wir uns heute holen können. Um die Katzen in deiner Heimatinstanz zu holen, brauchst du bestimmte Gerichte. Du kannst sie einerseits selbst herstellen, durch bestimmte Berufe, zum Beispiel dem Chefkoch, oder du gibst ein paar Silber aus und kaufst sie dir im Handelspostengeschäft. Zu den Gerichten. Du brauchst drei Stücke Geflügelfleisch, dreimal Geisterchili, zwei Teller feurigen Flankenschnitzel, ein würziges Flankenschnitzel, ein Grillgeflügel, eine Schüssel mit Safran-Mango-Eis, eine Schüssel mit Pfirsich-Himbeereis, eine Schüssel mit Ingwer-Limetten-Eis und zum Schluss ein scharfes Flankenschnitzel. Mit diesen Gerichten werden wir jetzt an verschiedene Orten auf der Karte gehen und die Kätzchen füttern, um sie in unsere Heimatinstanz zu schicken. Ich wünsche dir ganz viel Spaß während dem Video. Wir sehen uns in einem weiteren Video dann wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.